Ich grüße die Leser der Neuen Rheinischen Zeitung hier vom OZ Pressefest. Wir als Flöhe haben zwar schon vor einiger Zeit mit unseren Bühnenaktivitäten aufgehört, aber immer wenn man ihr ist auf dem Pressefest, merkt man, der Kampf ist nicht zu Ende, er geht weiter und viele Menschen machen mehr. Ihr auch.